So, wir sind immer noch mit Haris Tabakovic hier und machen kurz ein World-Rap, entweder oder, das kennst du, oder? Okay, Mercedes oder BMW? Mercedes. Mercedes, okay, warum? Ja, weil ich selber eingefahren bin früher, ich mag die Mercedes. Okay, Los Angeles oder New York? New York. Okay, wegen Hip-Hop und so? Ich mag einfach die Stadt, ich war dort, ich habe Familie dort. Schon? Ja, ich liebe diese Stadt. Ja, also wirklich dieses Flair dort und alles, ich bin voll New York. Okay. Pop oder Rap? Rap. Was hörst du so? Ja, Hip-Hop, deutschen Rap, das ist vor allem die zwei. Was hörst du von deutschen? Ja, alles. Capital Bra, alles, also wirklich alles, Schindy, alles. Bushida? Ja, Bushida habe ich früher gehört, aber jetzt ist es so ein bisschen Blamage jetzt. So, ich habe das Gefühl, das war früher so wirklich viel Blamage. Bushida. Flair ist jetzt hier, wie ich sage. Ja, Flair macht es gut, ja, auf jeden Fall. Also es gibt ein paar gute Rapper jetzt. Okay, Pizza, Burger oder Pasta? Pizza, Burger. Pizza, Burger. Okay, iPhone oder Android? iPhone, ganz klar. Jetzt kommt die schwierigste Frage. Ronaldo oder Messi? Ich bin eigentlich von beiden kein Fan, aber ich würde sagen, Ronaldo. Und wenn bist du Fan? Ich bin Ibrahimovic. Hey, okay, Bostisch, ja. Ja, ich mag ihn, ja. Jetzt kommt die, da weiß man, was du antwortest, Neymar oder Ibrahimovic? Ja, Ibrahimovic, ganz klar. Neuer oder Kahn? Schwierige Frage. Ich würde sagen, Neuer. Neuer, ja. Aufstieg oder Kapsi? Aufstieg. Kapsi kannst du in Europa nicht spielen. Ja, okay, ja, schwierig, okay. Ja, ist beides geil. Also ich denke, auch Aufstieg wäre richtig geil. Wir sind hier im Club hier und alles für die Stadt. Also für die Umwelt und alles wäre richtig geil. Also ich denke, beides ist geil auf jeden Fall. Ja, stimmt, ja. Kolo oder Red Bull? Na, Red Bull. Adidas oder Nike? Nike. Osterwien oder Rapid? Ja, keine Ahnung. Ne, da sage ich nichts, da habe ich keine Sympathie zum Beispiel. Weder noch. Ja, weder noch, sagen wir so. GC oder Ibe? Ibe. Ibe? Ja, ja. GC oder SG? Ja, GC. SG? Nein, ich bin gespannt. Okay, ja. Und wer war dein Fußballvorbild als Kind? Ibrahimovic? Ja, ich dachte. Ja, als Juni sage ich Ibrahimovic. Also ich mag ihn richtig, also von gerne. Lieblingsbild? Wolf of Wall Street. Schon? Ja, ich mag ihn. Das sagt unser Kollege auch so, er ist jetzt in Wien, er hat die Fragen hier bereitgestellt. Er sagt, oh Wolf of Wall Street, aber ich fand es nicht so. Ne, ich fand es richtig geil. Also ich habe ihn, glaube ich, zwei, drei Mal schon geschaut. Also wenn ein Freund kommen würde und mich fragen, ey lass mal diesen Film schauen gehen, dann würde ich wieder mitkommen, spielt keine Rolle, wie oft ich ihn schon gesehen habe. Okay, beste Fans in Österreich? Ist klar. Ja, ich sage Lusten auch. Ja, muss. Ja. Lieblingsmusiker? Ich habe nicht einen Lieblingsmusiker, ich mag, also wenn es geile Musik ist, ist es geile Musik. Also ich habe jetzt nicht einen Lieblingsmusiker. Lieblings YouTube-Kanal nach Wilka Knauf? Ich habe keinen, wirklich keinen. Keinen? Nee, keinen. Lieblingsverein international? Bayern München. Bayern München? Ja, okay, du warst jetzt fröhlich, oder, wo sie gewonnen haben, Champions League. Ja, klar, ja, ich hatte Sympathie für den Verein, keine Ahnung, schon als ich jünger war, ich mag den Klub. Ja, schon sympathischer Klub, ja. Ja, und Bosnischer Fußballverband oder Schweizer? Ja, schwierig. Also ich habe meine ganze Jugend in der Schweizer Nazi gespielt, aber ich habe Vorfahren aus Bosnien, also das wäre so 50-50. Okay. Ja, passt. Danke für das kurzes World Rap mit Haris Tabaković. Wir hoffen, dass du viel total machst. Danke. Dankeschön. Ciao.